Zahnimplantate sind eine moderne Lassung F1,25R den Ersatz von fehlenden Z-Annen. Sie bestehen aus Titan oder anderen biokompatiblen Materialien und werden chirurgisch in den Kieferknochen eingefahren, um als K1,25R in ästliche Zahnwurzeln zu fungieren. Im Laufe der Zeit werdet CHST das Implantat mit dem Knochen und bildet eine feste Basis F1,25R, eine Krone, Bra 1,25CKI oder Prothese. Zahnimplantate sind eine beliebte Option F1,25R Menschen, die ihre Natter ein viertelrichen Z.A. nie verloren haben, sei es durch Unfalle, Krankheiten oder Alterungsprozesse. Im Vergleich zu herkömmlichen Zahnersatzlasungen bieten Implantate viele Vorteile, darunter eine verbesserte Arztetik, Funktion und Langlebigkeit. Sie kann in das Selbstvertrauen und die Lebensqualität von Patienten deutlich verbessern. Die Vorteile von Zahnimplantaten kann ihnen jedoch erst dann vollsterendig genutzt werden, wenn sie Ordnungsgemaei eingesetzt und gepflegt werden. Eine GA1,4 ländliche Mundhygiene ist entscheidend FA1,4R den langfristigen Erfolg von Implantaten. Regelmaeige Zahnarztbesuche und die Vermeidung von rauchigen Produkten sowie harten Lebensmitteln kann ihnen Komplikationen verhindern und die Lebensdauer der Implantate wählernähern. Der Prozess der Implantation ist normalerweise in mehrere Schritte unterteilt. ZUNA-CHST erfolgt eine GA1,4 ländliche Untersuchung der Mundahale und des Kieferknochens, um festzustellen, ob Gena1,4 Gent Knochen vorhanden ist, um das Implantat aufzunehmen. Falls erforderlich, kann eine Knochentransplantation durch Gefahr 1,4 HRT werden, um die erforderliche Knochenmasse zu schaffen. Nachdem der Kieferknochen vorbereitet ist, wird das Implantat unter artlicher Beta-Ubung in den Knochen eingesetzt. In den folgenden Wochen und Monaten verheilt der Knochen um das Implantat herum und bildet eine feste Verbindung. Dieser Prozess wird als Osseointegration bezeichnet und ist entscheidend FA1,4 R den langfristigen Erfolg des Implantats. Sobald das Implantat fest mit dem Knochen verbunden ist, wird eine Abutment genannte Verbindungsda1,4 CK angebracht, um die Krone, BRA1,4 CKI oder Prothese zu befestigen. Diese wird individuell gefertigt, um asthetisch ansprechend und funktional zu sein. Nach der Befestigung des Zahnersatzes kann der Patient wieder normal essen, sprechen und latschellen, ohne sich um ein lockeres Gebiss sorgen zu ma 1,4 SN. In den ersten Tagen nach der Implantation ist es normal, leichte Schmerzen, Schwellungen und Blutärger 1,4 Sesse zu haben. Diese kann ihn mit Schmerzmitteln und K1 Viertelung behandelt werden. Es ist wichtig, während der Heilungsphase weiche Lebensmittel zu konsumieren und auf Rauchen zu verzichten, da dies die Heilung wertsagern und das Risiko von Komplikationen erheben kann. Die meisten Patienten berichten nach der Implantation von einer deutlichen Verbesserung ihres Lebensqualität und Selbstbewusstseins. Implantate kann ihnen helfen, das Latschellen wiederherzustellen und das Vertrauen beim Essen und Sprechen wiederherzustellen. Sie sind eine Investition in die langfristige Mundgesundheit und kann ihnen dazu beitragen, weitere Zahnverluste zu verhindern. Es ist wichtig, sich vor der Entscheidung F1 Viertel R Zahnimplantate aus F1 Viertel herrlich beraten zu lassen und alle Optionen zu P1 Viertel fehen. Ein erfahrener Zahnarzt kann den Zustand der Mundahalle bewerten und individuelle Empfehlungen F1 Viertel R die beste Behandlung machen. Zahnimplantate sind eine effektive und dauerhafte Lassung F1 Viertel R den Ersatz fehlender Zahnähen und haben vielen Menschen geholfen, ihr Latschellen und Selbstvertrauen zu Ra 1 Viertel zu gewinnen. Insgesamt sind Zahnimplantate eine fortschrittliche Lassung F1 Viertel R den Ersatz von fehlenden Zahnähenen und bieten viele Vorteile gegen A1 Viertel BER herkammlichen Zahnersatzlasungen. Mit der richtigen Pflege und regelma-eigen Kontrolluntersuchungen kann ihnen Implantate ein Leben lang halten und die Lebensqualität der Patienten erheblich verbessern. Wenn Sie mehr A1 Viertel BER Zahnimplantate erfahren Matsch denn, sprechen Sie mit Ihrem Zahnarzt A1 Viertel BER Ihre Behandlungsmöglichkeiten und lassen Sie sich beraten. DER 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 D